So, das sieht doch langsam ganz gut aus. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich heiße Sie und Euch ganz herzlich willkommen zum Debattencamp der SPD Sachsen. Wir haben es uns heute zum Ziel gesetzt, gemeinsam über die Zukunft des Freistaates zu debattieren und dabei keine Scheu vor den ganz großen Themen gezeigt, wie Sie vermutlich heute früh schon mitbekommen haben. In den nächsten 75 Minuten werden wir uns nichts Geringerem als der Zukunft des Freistaates widmen und der Transformation und der Frage... Oh, ich muss pausieren. Ja, bitte. Jetzt? Wenn Sie glücklich sind, bin ich glücklich. Ich denke schon, okay. Nochmal, nicht von ganz Anfang, keine Sorge. In den nächsten 75 Minuten werden wir uns nichts Geringerem als der wirtschaftlichen Transformation widmen und der Frage, wie diese gelingen kann. Eine Frage, die Politik, Wissenschaft und Unternehmerinnen und Unternehmer seit Jahren beschäftigt. Ich vermute, den einen oder anderen unten Schlaf bringt und der auch wir uns auf diesem Podium heute widmen möchten. Hierfür darf ich vier spannende Gäste begrüßen, die mit uns ihre Gedanken zu den Chancen, Herausforderungen, aber auch offenen Baustellen teilen werden, die quasi in diesem Prozess, der uns alle so sehr betrifft und der für uns alle recht relevant ist, quasi die damit noch einhergehen. Als erstes möchte ich ganz herzlich, das ist sehr interessant, Sie haben sich zufälligerweise genau so hingesetzt, wie ich Sie vorstellen möchte. Manchmal klappt es. Als erstes möchte ich herzlich Lars Klingbeil begrüßen, Vorsitzender der SPD, wie vermutlich die meisten wissen, seit der Schulzeit bereits politisch aktiv, 2009 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt und seitdem vertrittst du dort deine Heimat Munster in Niedersachsen. Von 2017 bis 2021 war er Generalsekretär der SPD und hat quasi die Partei durch einen sehr bewegenden, spannenden und mit vielen Zukunftsthemen sich, wie soll ich sagen, auseinandersetzenden Bundestagswahlkampf geführt und seit Dezember 2021 bist du gemeinsam mit Saskia Esken Teil der Doppelspitze und somit unser Vorsitzender. Herzlich willkommen. Als nächstes möchte ich gerne Katrin Michel begrüßen. Auch Sie haben sie heute früh schon erlebt. Ich mache trotzdem eine ganz kurze Vorstellung, denn man sucht sich ja immer so ein paar Schlagworte, um eine Person näher zu bringen. Das sind so die, die ich mir rausgesucht habe. Gebürtige Lausitzerin, wie wir wissen, die den Lauf des Lebens von der Niederlausitz in die Oberlausitz geführt hat. Gelernte Industriekauffrau, später Teamleiterin für Fachkräftesicherung, so viel zum Thema Zukunftsthemen und ehemaliges Betriebsratsmitglied. Seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags und, da man an Herausforderungen wächst, wie ich merke, seit diesem Jahr, auch seit 2021, Teil der ersten Doppelspitze bei der SPD Sachsen und somit neben Henning Humann Landesvorsitzender. Hallo. Während die Betriebsratszeit von Katrin Michel derzeit vorbei ist, kann hiervon bei unserem nächsten Gast definitiv nicht die Rede sein. Jens Köhler ist Betriebsratsvorsitzender bei BMW Leipzig und das seit 2002. Seitdem hat sich einiges getan. Die Zahl der Beschäftigten ist von 45 auf rund 5.500 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 1.500 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter angestiegen. Und auch der Betriebsrat wuchs entsprechend von drei Mitgliedern auf mittlerweile 35. Die Automobilindustrie ist dabei ein sehr griffiges Beispiel für Transformation. So sollte die Fabrik in Leipzig 2010 zum ersten Standort für die Großserienfertigung von emissionsfreien Elektroautos in Deutschland ausgebaut werden. 2012 entstehen auf dem Werksgelände Windkraftanlagen zur direkten Stromversorgung vor Ort und werden 2013 in Betrieb genommen. Doch welche Auswirkungen hat Transformation eigentlich auf die Beschäftigten und wie können diese Prozesse mitgestalten? Dazu später mehr. Erst einmal herzlich willkommen. Der nächste Gast weiß ziemlich genau, wie es sich anfühlt, auf die Zukunft zu setzen. Ralf Barke ist Geschäftsführer der Ontras Gastransport GmbH. Als Fernleitungsnetzbetreiber stellt das Unternehmen die Infrastruktur zur Verfügung, um gasförmige Energie zu transportieren und arbeitet aktiv an dem Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Also einem Energieträger, der dabei helfen soll, Deutschland unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Er ist zudem Mitglied des Verbands Gas Infrastructure Europe, einem Zusammenschluss von 70 Gasinfrastrukturbetreibern aus 26 Ländern und auf dieser Ebene engagierte sich für die Integration von Wasserstoff und Grüngasen, hat aber auch die sozialpolitischen Anstrengungen im Blick, die mit dieser Umstellung mit einhergehen. Herzlich willkommen. Lieber Lars, in einer Transformation werden Dinge grundlegend, also strukturell verändert. Ein zentrales Beispiel hierfür ist die Industrialisierung mit der Entdeckung fossiler Energiequellen wie der Kohle. Damit änderte sich grundlegend, wie wir Dinge herstellen, wo und wie Menschen arbeiten. Lieber Lars, was meinen wir denn heute, wenn wir von Transformation sprechen? Vor welchem grundlegenden Wandel stehen wir und was sind so die Herausforderungen und Chancen? Ja, erstmal schön, euch und Sie alle zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Und Katrin, wenn ich die Vorbemerkung sagen darf, ich freue mich total, dass die SPD in Sachsen dieses Debattencamp macht. Also wir haben auf der Bundesebene sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch unterschiedliche Akteure an einen Tisch zu holen, neu zu denken, mal rauszukommen aus den Strukturen, in denen man drin war. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch die erste Antwort auf die sehr globale Frage, die du gestellt hast, aber die natürlich am Anfang einer solchen Diskussion gehört, wir brauchen auch Räume, wo wir mal neu denken. Wir brauchen Räume, wo wir mal große Antworten geben und rauskommen aus einem Klein-Klein, wie wir das leider viel zu häufig in politischen Diskursen doch haben. Und ich bin kein Freund des Begriffes Transformation. Ich gebe nur zu, mir ist kein besserer bisher eingefallen. Und deswegen nutze ich ihn jetzt auch. Und Transformation, was bedeutet das? Wir kommen jetzt aus einem Jahr, das krisenhafter nicht hätte sein können. Pandemie, Energieknappheit, Inflation, soziale Spaltung, das waren ja alles Themen, die da waren. Und wir mussten uns verändern. Also wir haben es geschafft, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir innerhalb kürzester Zeit es geschafft haben, eine alternative Energieinfrastruktur aufzubauen. Wie wir da reingekommen sind, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir einseitig abhängig waren vom russischen Gas. Das ist vielleicht etwas, was wir nachher auch im zweiten Panel, wo ich hier bin, zum Thema Zeitenwende diskutieren. Aber erst mal war es eine große Leistung, zu sagen, wir kommen da raus. Und dass wir die LNG-Terminals aufgebaut haben, die ja später auch für Wasserstoff genutzt werden können. Das war eine starke Leistung, die wir gemeinsam in diesem Land geschafft haben. Das, was jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch passiert, bei Manuela, auch das geht ja genau in diese neue Entwicklung mit rein. Aber wir mussten uns im Druck der Krise verändern. Und dazu kommt aber, und das würde ich denn als Chancen auch sehen, dass wir uns eh verändern müssen, weil es heute andere Dinge gibt, die man zu tun hat in der Wirtschaft. Also Stichwort Digitalisierung oder das vielleicht noch größere Stichwort Klimaneutralität, was wir ja wollen. Das ist übrigens auch eine Unterscheidung von Sozialdemokratie zu anderen politischen Mitbewerbern. Ich möchte, dass Deutschland ein starker Industriestandort bleibt. Ich möchte, dass Industrie hier wächst und gedeiht und sich entwickeln kann. Ich sage mal, ich erlebe manchmal politische Diskurse, und das wird Katrin mir bestätigen können oder andere, wo politische Konkurrenz sagt, ja gut, dann ist die Industrie halt weg. So, und ich meine, das ist nicht meine Antwort auf die Herausforderung der Klimawende, dass wir sagen, wenn die in Asien oder Afrika zu egal welchen Bedingungen produzieren, aber wir haben hier eine saubere Weste, habe ich ja kein Klimaproblem gelöst. Und deswegen muss es, und das vielleicht als letzter Teil dieser Antwort, muss es einen großen Pakt geben zwischen, und das bildet dieses Podium hier ab, zwischen Politik, zwischen Betriebsräten und zwischen Arbeitgebern. Und das ist nicht Markt oder Staat, sondern das ist Markt und Staat. Das ist ein Staat, der aktiv Rahmenbedingungen dafür setzt, dass hier Industrie wachsen kann, dass Industrie hier gehalten werden kann, das ist eine Politik, die Rahmenbedingungen setzt, zum Beispiel bei der Frage Investitionen, Kampf gegen Fachkräftemangel, aber auch sozusagen Stärkung der Mitbestimmung. Und das ist ein Verständnis, dass wir sagen, diese Herausforderungen, die vor uns liegen, und du hast es richtig gesagt, in der Frage sind Chancen. Weil ich glaube, wenn wir immer nur so eine Körperhaltung haben, dass wir sagen, boah, ist alles ganz schlimm, ist eine Bedrohung, wird irgendwie alles ganz furchtbar, dann ist das falsch. Wenn wir sagen, wir schließen diesen Pakt und wir wollen darüber nachdenken, wie wir über Innovationen, über neue Technologien, über Rahmenbedingungen, die das guten Unternehmen möglich machen, hier zu wachsen und stärker zu werden, das anpacken, dann wird Deutschland in den nächsten 10, 15, 20 Jahren stärker sein, als das heute der Fall ist. Dann werden viele andere Länder der Welt auf uns gucken und sagen, diesen Weg wollen wir auch gehen. Und damit tut Deutschland viel für sich, weil es um Wachstum, um ökonomische Stärke, um neue Jobs geht. Aber es geht eben auch darum, dass andere Länder sehen, okay, man kann den Weg Richtung Klimaneutralität eben auch gehen. Man muss nicht bei Kohle, bei Atom, bei sonst was hängen bleiben, sondern es geht Richtung Wasserstoff. Das bietet viele Chancen. Und dieses Mindset zu haben, aber das eben politisch auch anzupacken, das ist für mich alles das, was ich unter aktiver Industriepolitik verstehe, was ich unter Transformation verstehe und wo ich auch glaube, es gibt keine andere Partei, die dieses Thema so glaubwürdig, aber auch so kompakt voranbringen kann, weil bei jeder anderen Partei gibt es irgendwas, was dagegen spricht. Die Grünen haben eher ein Problem mit Industriepolitik, die FDP hat ein Problem mit dem aktiven Staat, die CDU hängt eh noch 20 Jahre hinterher in der Wirtschaftspolitik. Also let's do it. Ich glaube, was bei dem ganzen Thema natürlich auch eine Rolle spielt, ist, wir sind gezwungen, uns zu verändern. Also die Wahlfreiheit wurde uns quasi abgenommen von Fakten und Tatsachen. Liebe Katrin, die Wahrnehmung von, in Anführungszeichen, der ostdeutschen Gesellschaft schwankt zwischen Transformationserfahren einerseits und Transformationserschöpft andererseits. Denn Wandel und Veränderung verlangen natürlich von Menschen auch etwas ab. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und gerade die ostdeutsche, noch recht junge Vergangenheit hat viele geprägt. Ein harter, arbeiteter, kleiner Wohlstand, bessere Löhne werden hier tatsächlich noch öfter als prekärer wahrgenommen, als vielleicht in anderen westdeutschen Bundesländern. Wie gehen wir als Gesellschaft und wie gehen die politischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger damit um? Und was braucht es, damit Transformation in Sachsen gelingt? Das ist eine sehr interessante Frage, die wir gestern Abend schon in Ansätzen mit den Jusos diskutiert haben. Ging es auch um ostdeutsche Identität und dass man überlegt, ja, was macht uns aus? Ich glaube, das Bild ist nicht einheitlich, weil Menschen natürlich verschieden sind. Ich habe mich im Unternehmen viele Jahre mit Change Management befasst und im Endeffekt das Wichtigste bei deiner Veränderung, wenn sie erfolgreich sein wollen, ist, dass du die Menschen mitnimmst. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb und wir können noch so viele Ziele formulieren, das können wir ja alle gut. Wichtig ist es, dass wir in der Tat die Menschen, ich sage es jetzt mal, freundlich befähigen, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen und wir müssen ihn gehen. Ich glaube, das ist allen klar, aber ich gucke auch hier mal in den Saal, wenn man denn so ganz persönlich davon betroffen ist, einen Weg zu gehen, der vielleicht am Anfang etwas steinig ist, tut sich jeder schwer. Und ja, deine Frage, wie gehen wir damit um? Auch da nehme ich ein unterschiedliches Bild da, nämlich von Menschen, die eine ostdeutsche Vergangenheit haben und ich bin alt genug, ich habe lange genug in der DDR gelebt, also ich habe das wirklich intensiv mitgemacht, aber ich bin nie geduckt rumgelaufen. Unser Unternehmen wurde von der BASF übernommen, das war damals ein großes Glück und ich bin in diesem Konzern groß geworden, auch, weil ich Ostdeutsche war. und ich glaube, das ist auch etwas, was mich umtreibt und was ich glaube, vielen vermitteln möchte, nutzt diese Erfahrung. Es ist kein Handicap, es ist ein Vorteil. Wir haben damit einen Vorsprung und wir müssen wirklich damit bewusst umgehen und Lars, wenn ich so in den Bundestag schaue, auch da sind in unserer Fraktion 49 Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten und am Anfang, als es um das Thema ging, Ostbeauftragter, brauchen wir das jetzt noch 30 Jahre nach der Wende? Wir haben gesagt, ja, wir wollen damit nicht unser alter Ego Jammer-Ossi pflegen, um Gottes Willen, aber wir wollen eine Stelle haben, die genau unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir einbringen können, die wertvoll sind in diesen jetzigen Transformationsprozess und der betrifft ja alle Ebenen, also die gesellschaftliche, die sozialpolitische, die ökonomische, die ökonomische, das ist eine riesen Herausforderung, deshalb müssen wir diese Erfahrungen und Expertisen bündeln und deshalb bin ich ganz froh, dass Carsten diesen Bericht jetzt rausgebracht hat, sehr interessant, jetzt haben wir einen Bericht, mal schauen, was wir daraus machen, aber es ist auch immer etwas, was wichtig ist, ich sag mal, aufs Tapet zu legen, dass man sagt, man beschäftigt sich mit den Dingen und überlegt, wie können wir damit umgehen und wie gesagt, wir müssen es schaffen, dass unsere Expertise mit unserer Transformationserfahrung als Vorteil, als Vorsprung Ost gesehen wird. Herr Barke, Ihr Unternehmen setzt auf eine Zukunftstechnologie und hat den Anspruch, die Transformation in der Energieversorgung aktiv mitzugestalten. Nun haben wir quasi von, sagen wir mal, ostdeutschen Besonderheiten in den Biografien, vielleicht auch in der Selbstwahrnehmung gerade gesprochen, sehen Sie aus Unternehmersicht weitere spezifische ostdeutsche Rahmenbedingungen, die den Prozess der Transformation aus Ihrer Perspektive erschweren oder erleichtern und wie gehen Sie als Unternehmen damit eigentlich um? Vielleicht zur Einsortierung noch zwei Worte zur Antras an sich, um das ein bisschen besser verstehen zu können. Die Antras ist der Verteilnetz, der Fernleitungsnetzbetreiber für die fünf neuen Bundesländer. Wir haben 7000 Kilometer Erdgasnetz, aber wir sind eben auch nur Erdgasnetzbetreiber, kein Stromnetzbetreiber noch, wie es teilweise Kombinetzbetreiber gibt. Wir sind einer der größten in Deutschland, muss man ganz klar dazu sagen und wir sind auch sehr zeitig schon in das ganze Thema Transformation eingestiegen, nämlich unter der Sichtweise, wir haben ein Erdgasnetz, das sind fossile Energieträger und wir haben eine klare Zielstellung der Politik, nicht erst seit dem Rheinkrieg im letzten Jahr, sondern schon viel, viel länger. Wir haben seit 2015 eigentlich das Thema Going Green ausgeprägt bei uns im Unternehmen, um die Leute auch mitzunehmen und darzustellen, dass es so, wie wir bisher agieren, nicht weitergeht und dass wir uns so oder so transformieren müssen. Das letzte Jahr hat natürlich einen absoluten Boost auf das Thema noch mal gesetzt und das noch mal unwahrscheinlich beschleunigt. Das muss man, glaube ich, klar konstatieren. Und insofern ist das Thema Transformation, wir haben letzte Woche gerade noch mal intern eine heiße Diskussion gehabt, was bedeutet Transformation für uns eigentlich, weil man das immer wieder nachnivellieren muss, ein Stück weit, um die Einflüsse dort zu gestalten. Für uns ist das im Grunde genommen die Zukunftsbefassung der Motivator auch für unsere Mitarbeiter schafft, weil das sehen wir ganz klar, wenn wir bei Recruiting-Prozessen nicht eine klare Perspektive für unser Unternehmen aufzeigen können und dort das Thema Wasserstoff in den Fokus setzen, nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, dann kriegst du auch keine Fachkräfte mehr am Markt. Das ist ein ganz klares Erkenntnisprozess, den wir gesammelt haben. Es ist natürlich diese Transformation, das darf man auch nicht verschweigen, es ist ein Belastungs- und ein Stresstest für die Unternehmen, muss man ganz klar sagen. Also neben dem angesprochenen Digitalisierung, neue Arbeitswelten, diese ganzen Fragestellungen, wie strukturiert sich die Energiewirtschaft überhaupt in den nächsten Jahren? Welche Funktionalitäten bleiben in ein Unternehmen in welchen Verhältnissen noch erhalten? Das Thema Inflation, unsere Bauprojekte im Kontext dazu noch, die natürlich dadurch Kostenexplosionen erfahren. Und dann noch der Ausblick, dass wir eigentlich bis 2030 unser Netz mit 900 Kilometer Wasserstoffnetzleitungen umwidmen, teilweise neu bauen, das ist eine echte Belastung und umso wichtiger ist es eigentlich, den Leuten immer wieder klar zu vermitteln, was ist die Zielstellung, wo wollen wir hin und wie zahlt das auch auf die allgemeinen gesellschaftlichen Zielstellungen ein? Nochmal eine kurze Nachfrage, quasi eben diese Perspektive eines ostdeutschen Unternehmens, dass sich diese Transformation widmet. Sehen Sie da konkrete, besondere Rahmenbedingungen, die Sie mit berücksichtigen müssen? Das Thema Fachkräfte ist für uns ganz wesentlich. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Das Konzept, was wir eigentlich maßgebig anwenden, ist das Thema, dass wir die Kollegen Frisch von der Uni mehr oder weniger übernehmen und dort ganz spezifisch auf diese Anforderungen hingestalten. Das Thema Ostdeutsch hat für uns, ich glaube, zwei Aspekte. Das eine ist, wir haben strukturell extrem große Potenziale, was das Thema erneuerbare Energienerzeugung betrifft. Das sollten wir auch nutzen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, diese Firmen, die ansässig sind bei uns, auch mit den Funktionalitäten, die sich jetzt in diesem neuen Geschäftsfeld Wasserstoff ausprägt, gegebenenfalls auch noch etwas spezifischer und klarer in diesem Kontext ansiedeln zu können. Herr Köhler, ich habe es anfangs erwähnt, als Interessenvertreter. Ja, okay. Jens, Entschuldigung. Entschuldigung. Lieber Jens, ich habe es erwähnt. Als Interessenvertreter der Beschäftigten erlebst du hautnah mit, was Transformation jetzt konkret in der Automobilbranche eigentlich mit sich bringt und wie sich das auf die Belegschaft auswirkt. Jetzt haben wir auch gleichzeitig gehört, ohne Menschen, die die Arbeit unter diesen neuen Bedingungen machen, funktioniert auch Transformation nicht. Welche Rolle hat denn eigentlich so die Belegschaft in diesem gesamten Prozess? Können Sie irgendwie eingreifen? Können Sie das mitbestimmen, dass Sie für sich auch irgendwie gute Arbeitsbedingungen weiter erhalten können? Oder ist es so ein bisschen ein Ausgeliefertsein und wir gucken mal, wie würden die Dinge sich so entwickeln? Also die Belegschaften haben schon Mittel mitzugestalten und Belegschaften, die sich auch organisieren und Gewerkschaften, Betriebsräten, haben wir noch ein starkes Sprachrohr dabei. Das war als Einleitung. Ich würde aber noch mal da ein bisschen ausholen. Ich tue mich mit dem Wort Transformation bezogen auf die Wirtschaft generell ein bisschen schwer. Ich benutze es auch. Also es ist nicht so, dass ich das Wort wegtue. Ich habe 2002 bei BMW vom Autobetrieb, der Autos verkauft und repariert hat, in eine Fabrik gewechselt, die Autos herstellt. Und ich habe seit 2002 in den letzten 21 Jahren gemerkt, dass sich die Arbeitsplätze bei uns aufgrund der Kundenanforderungen und aufgrund der Regulatorik, die es gibt, CO2-Reduktion etc. permanent wandeln müssen. Das ist also nicht ein abruptes Umstellen von heute auf morgen, sondern Arbeitsplätze müssen sich, und das ist glaube ich nicht bloß in der Automobilindustrie permanent anpassen an neue Gegebenheiten. Und von daher, Transformation bedeutet für mich so etwas Komplettes Umstellen. Also das ist es eigentlich nicht, auch wie gesagt, wenn ich es benutze. Und du hast es vorhin schon in der Vorstellung bei mir gesagt gehabt, hier im BMW-Werk in Leipzig sind wir das von Anfang an gewöhnt. Nämlich wir haben 2005 sind wir gestartet mit dem klassischen verbrennungsmotorischen Fahrzeug und dann haben wir das Glück gehabt, weil wir halt hier auch eine Stadt haben, die auch ein gutes, sage ich mal, Industriegebiet uns hingestellt hat, dass wir genug Platz haben, dass BMW das Vertrauen hatte, zu uns zu sagen, wir probieren hier mal Elektromobilität aus. 2010, vor 13 Jahren. Da haben viele noch gesagt, he he he, lass die mal machen, die verbrennt dort Milliarden Geld. Die Entscheidung ist gefallen, wir haben das den Zuschlag gekriegt, 2012 kamen die Windräder dazu, mit der wir damals, als wir dieses elektrische Fahrzeug, was wir dann 2013 gebaut haben, da haben wir ca. 70% der Energie dafür gewonnen, für diese Fahrzeugballette. Und da haben wir am Tag nicht bloß eingebaut, sondern wir haben im Jahr ungefähr so 30.000 bis 40.000 Fahrzeuge, je nach Welle, da gebaut, am Tag so zwischen 100 und 200 Stück, je nachdem, wie der Marktbedarf gerade da war. Also das ist schon eine ganze Menge, was man mit so einem Windrad direkt an seiner Produktionsstätte dran machen kann. Ja, und dann haben wir aber halt gemerkt, als BMW, dass dieses Produkt, so wie man es hingestellt hat, dort keine Zukunftsfähigkeit hat. Wir haben es mit einer Karbonkarosse ausprobiert, das ist ein sehr teurer Herstellprozess, haben festgestellt, dass Elektroautos auch mit einem normalen Blechkleid rundherum entsprechend funktionieren. Und man hat diese Baureihe auslaufen lassen. Und das wussten wir ungefähr zwei, drei Jahre vorher. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, auch als Betriebsrat. Wie können wir dann diese Arbeitsplätze, und das waren 1.500 auf dem Werksgelände, die sich damit befasst haben, dieses Elektroauto zu bauen. Wie können wir die wandeln? Was machen wir mit den Menschen? Und dann haben wir aber auch, weil wir eben wirklich einen guten Job auch hier in Leipzig abliefern, gemeinsam, Belegschaft und auch Management, dem Vorstand in München überzeugen können, gäbe uns mal was komplett Neues her, was nicht unbedingt im Fahrzeug alleine ist. Und wir haben dann eben halt, aufgrund der Erfahrung mit der Elektromobilität, hat ja jeder Hersteller noch BMW begonnen, mehr Elektroautos zu entwickeln. Und die sind halt momentan erst einmal in Bayern platziert. Nächstes Jahr kriegt man auch wieder einen in Leipzig. Haben wir dann die Hochvoltspeicher, die Batteriemodule, die Produktionskette hierher bekommen. Und da ist es uns gelungen, diese Arbeitsplätze sukzessive umzubauen, weil das geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass du in der Halle zuschließt und in der Volllast, und dann gehen die am nächsten Tag, die Kolleginnen und Kollegen in die nächste Halle rein. Und dort hast du eine vollständige Produktionsstätte. Das ist ja gar nicht finanzierbar. Das muss man auch mal der Wirtschaft zugestehen. Das geht nicht. So, und das ist ja ein schleichender Übergang gewesen. Und mittlerweile haben wir dort fast 1.000 Leute in dieser neuen Zulieferersparte untergebracht. Das werden dieses Jahr noch 500 mehr werden. Frage ist, wo kommen sie her? Kommen wir vielleicht nachher nochmal da entsprechend dort vorbei. Das heißt, ein Wandel und eine Transformation passiert und wir gestalten mit. Und ich werbe hier nochmal für Mitbestimmung. Wer in seinem Betrieb sich ein Betriebsrat wählt, wer sich die Gewerkschaft inspiriert und Tarifverträge gehört, der hat auch bei Wettbewerbsvoraussetzungen für das Thema Sicherheit und Zukunft seiner Arbeitsplätze. Mittlerweile frage ich mich ja, ob sich ein Unternehmen überhaupt noch eigentlich realistisch leisten kann, genau das eben nicht anzubieten. Aber da ist Sachsen ja auch nochmal ein besonderes Feld, aber darauf gehen wir vielleicht später nochmal kurz ein. Ich würde nochmal ganz kurz zurück zur, ich nenne es mal Metaebene, Lars. Phasen der Transformation sind hochpolitisch, denn sie sind ein gemeinschaftlicher Suchprozess, in dem wir definieren, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und auch wenn wir gerade gehört haben, dass es Stück für Stück geht, irgendwann muss man ja so ein Zielbild für sich definieren. Nun leben wir aber in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Transformation auf international schwierige Rahmenbedingungen trifft. Bundeskanzler Scholz sprach im Zuge des Krieges gegen die Ukraine von einer Zeitenwende. Nun sind beide Entwicklungen für sich genommen eine riesige Mammutaufgabe. Welche Wechselwirkungen gibt es? Und was macht die Bundespolitik, um die Transformation unter den Bedingungen einer Zeitenwende voranzubringen und mitzugestalten? Also die Wechselwirkung ist definitiv da. Und also wir hatten, als wir den Ampel-Koalitionsvertrag verhandelt haben, ist ja schon vieles da reingeschrieben worden, was eigentlich genau diese Transformation, also Gelingensbedingungen für die Transformation, Digitalisierung, Planungs-Genehmigungsbeschleunigung, die ganze Frage von Klimaneutralität bis 2045, was ja auch ein Innovationsbooster ist, wenn man das richtig anlegt, habe ich gerade in der ersten Runde gesagt, die ganze Frage von Energiewende, also alles stand im Koalitionsvertrag drin. So, und dann kam der 24. Februar, der Krieg von Russland gegen die Ukraine und der hat zum Beispiel im Energiebereich ja nochmal die Dringlichkeit erhöht. Also das lief nicht gegen die Ziele des Koalitionsvertrages, aber es hat die Dringlichkeit nochmal erhöht. Und das, wie gesagt, im Energiebereich, es bleibt sau schwierig und es wird ein wahnsinnig herausforderndes Jahr, uns im Energiebereich neu aufzustellen und Wasserstoff ist ja eh Richtung Zukunft gerichtet, aber in meinen Augen eine Wahnsinn-Chance. Aber auch das wird nicht funktionieren, wenn der Staat sich da raus hält und den Unternehmen viel Glück wünscht, sondern es geht nur, wenn der Staat aktiv auch Rahmenbedingungen dafür setzt, dass Wasserstoff hier in Deutschland wachsen kann und dass die Infrastruktur dafür wächst und dass die Forschung gestärkt wird und so weiter und so fort. Also insofern gibt es diese Wechselbedingungen und es gibt sie auch an anderen Stellen. Also ich meine, China ist rausgekommen aus so einer Haltung, die sie über Jahrzehnte hatten. Also ich habe viel China-Politik gemacht, ja und China ist ja immer so sehr demütig aufgetreten und wir wollen nur Regionalmacht sein und so weiter und so fort. Aber wenn man sich anguckt, wie China sich mittlerweile positioniert, wie aggressiv auch deren ökonomische Strategien sind, so dann ist das eine Herausforderung für Deutschland und Europa. Unsere amerikanischen Freunde, wo wir uns sehr freuen, dass die in Fragen von Krieg und Frieden und Ukraine sehr eng an unserer Seite stehen. Aber das, was Joe Biden mit dem Inflation Reduction Act jetzt da auf den Tisch gelegt hat, das ist schon eine ökonomische Herausforderung für Deutschland und Europa. Und ich stimme jetzt gar nicht ein, in so einen Jammerton zu sagen, boah, das ist ganz schlimm, was die Amerikaner machen, weil sie erstmal gerade sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, um Klimaneutralität und Klimaschutz zu erreichen. So, wir gucken auch, wie können wir Rahmenbedingungen dafür setzen, dass hier Technologien, Innovationen, Klimaneutralität, Digitalisierung entstehen können. Also wieder dieses Zusammenspiel von Staat und Markt. Ja, also wir bieten guten Unternehmen die Rahmenbedingungen wie in einem Theater auf einer Bühne, wo man sagt, wir organisieren alles drumherum und ihr performt auf der Bühne und seid einfach gut. Und das ist etwas, wo, sagen wir, die Wechselwirkungen weltpolitisch da sind. Und mein letzter Punkt, weil ich weiß eben auch, und das ist gerade angesprochen worden, merkt das ja auch, dass einfach auch wahnsinnig, also wie ist die Gesellschaft eigentlich drauf nach drei Jahren Krise? Ja, so und wo ich ja auch und geht übrigens auch vielen in der Politik so, dass man sagt, boah, zwei Jahre Pandemie, Krieg, Inflation, irgendwie merkt man so ein bisschen, geht schon die Puste aus. Also ich weiß nicht, was euch war, aber bei mir tat der Jahreswechsel und zwei, drei Tage frei auch mal ganz gut, um auch mal durchzuatmen und zu überlegen, was ist da eigentlich alles so passiert? Und jetzt kommt dann irgendwie noch die Politik und sagt, ja und jetzt müsst ihr euch noch transformieren. Und das führt ja erstmal zu Abwehrreflexen. Also deswegen geht doch auch, gehen die Populisten auf der rechten Seite doch gerade rein und suggerieren, alles kann so bleiben, wie es ist. Ich befürchte nur, wenn wir nicht, und ich bin wieder bei diesem Pakt und dem Bündnis mit Betriebsräten, mit Unternehmensführungen und Leitungen und mit den Beschäftigten und mit der Politik, wenn wir da nicht klar sagen, wir müssen das jetzt machen, weil es tut sich was in China, es tut sich was mit dieser Elon Musk, sozusagen Silicon Valley Cowboy-Mentalität und wir wollen doch, dass ein starkes Europa mit unseren Werten, mit unseren Prinzipien von Mitbestimmung, von Miteinander, von Respekt vor Arbeit, sozusagen, dass das auch eine starke Position hat. So dass, man muss es einmal auch sprechen, das ist ja nicht Gott gegeben, dass es uns ökonomisch so gut geht, wie es uns die letzten Jahre gut gegangen ist. Das ist alles auch wackelig und trotzdem bin ich fest überzeugt, wir haben die Kraft, wenn wir uns aufmachen, dass wir am Ende mit unseren Leitlinien, mit unseren Prinzipien, mit unseren Vorstellungen, wie gute, zukunftsgerichtete, nachhaltige Wirtschaft funktioniert, dass wir am Ende auch gestärkt aus diesem Prozess rausgehen können. Das Wichtige ist nur, dass wir losgehen und dass wir uns unterhaken und dass wir das machen. Das ist für mich die Mentalität, die wir brauchen, wo wir irgendwie auch jederzeit klar sein müssen, wo man den Menschen nicht suggerieren darf, wir mogeln uns da irgendwie durch und am Ende wird es irgendwie klappen. Ich glaube, dieser Punkt ist nicht, es geht um eine Kraftanstreckung, aber wir haben alle Voraussetzungen, um das zu schaffen und deswegen auch ein bisschen selbstbewusst und stolz sein, aber eben doch sagen, wir machen das jetzt, wir packen das jetzt an. Das ist, glaube ich, die richtige Haltung, die wir brauchen und dann nochmal, wie gesagt, Zeitenwende plus Transformation ist eine riesige Herausforderung, aber wir haben schon so viel hingekriegt in diesem Land, also das schaffen wir auch noch und gerade, Katrin hat es gesagt, ich meine, ihr habt in Sachsen, in anderen ostdeutschen Ländern, ihr habt diese Transformationserfahrung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch wir aus dem wohlbehüteten Niedersachsen jetzt mal gucken können, so ey, wie ist das eigentlich, wenn eine Gesellschaft diese Transformationserfahrung auch hat, was kann man daraus lernen, wie kann man sich jetzt vorbereiten auf diese großen Umbrüche, die da sind, also ich glaube, da könnt ihr ganz viel auch den anderen mitgeben und sagen, so kriegt man das mit den großen Transformationen hin. Was gerade eben ja deutlich wurde, ist, dass das ganze Thema Energieversorgung halt ein zentraler Knackpunkt ist, wenn wir sagen, Deutschland soll weiterhin ein Industriestandort auch bleiben. Herr Barke, Bundeskanzler Scholz hat gesagt, wir müssen beim Umbau unserer Energieversorgung ins Machen kommen, statt immer mehr wünschen. Gleichzeitig erleben wir nach wie vor, dass beim Ausbau der erneuerbaren Energien gebremst wird und wir halt, wie gerade geschildert, diese zusätzlichen Folgen der Zeitenwende verkraften müssen. Wie ist der Stand des Umbaus unserer Energieversorgung so aus Ihrer Perspektive, die Sie ja auch versuchen, ein neues Netz aufzubauen, wo müssen wir schneller werden, welche Investitionen braucht es? Das ist ja auch wieder ein entscheidender Punkt. Wir lassen Unternehmen nicht allein, sondern wir als Politik unterstützen. Wie ist Ihre Einschätzung da? Das Thema Wasserstoff ist, glaube ich, für uns das Top-Thema und mit der Befassung mit den Kunden, die natürlich vielfältig jetzt auch die Infrastruktur nachfragen, die Mengen nachfragen, die ihre eigenen Unternehmen transformieren müssen, die wir in der Region massenhaft haben, muss man sagen, und nicht nur die Strahlwerke und die Chemiewerke, sondern mittlerweile auch kleinere, mittelständische Unternehmen, die genau diese Zielstellung verfolgen, merkt man ganz klar, dass das Thema Wasserstoffinfrastruktur ist ein strukturpolitisches Thema. Das heißt also, wenn wir diese Leitung nicht in absehbarer Zeit in die Regionen bekommen, wo wir auch Ansiedlungen haben wollen oder wo sich entsprechende Nachfragethemen konzentriert, dann wird es ein extremer Strukturnachteil sein. Und umso wichtiger ist es eigentlich für uns auch, dass wir versuchen, das flächendeckende Erdgasnetz natürlich mit Prioritäten versehen in ein Wasserstoffnetz zu transformieren und natürlich dann auch die Wasserstoffmengen ranzukriegen. Mengentechnisch hängen wir ein ganzes Stück hinterher. Das ist aber bedingt auch durch den Ausbau der Erneuerbaren. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir im Endeffekt die Erzeugung von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff nicht inländig stemmen werden, sondern wir eine große Menge importieren müssen. Umso wichtiger ist, dass wir von Anfang an eigentlich so ein gutes Overlay, so ein Backbone-Netz hinstellen, wie wir momentan eigentlich auch gerade sehr gut im Ansatz unterwegs sind mit diesen IPSAI-Projekten, die von entsprechenden Länderförderungen leben, die wir von Sachsen auch gerade jetzt zugestanden bekommen haben, die von Bundesförderungen leben. Wo es klemmt ist die EU, die Notifizierungsverfahren zum aktuellen Zeitpunkt noch. Aber das ist so ein Thema, wo man sagt, ja, das ist eine super Keimzelle. Das kann auch ein richtiger Booster werden. Aber momentan sehe ich das eher so, dass wir gerade so in so einen Wattebausch reinfallen und das nicht weiter nach vorne geht. Das zweite Thema ist natürlich das ganze Thema Rahmenbedingungen. Ja, wir warten wieder mal auf die EU, das dritte Gras-Binnenmarkt-Paket, beziehungsweise das nächste Gras-Markt-Paket, was ansteht, was sich auch wieder nach hinten verschiebt, weil wesentliche Eckpfeiler natürlich aus diesem Thema herauskommen. Aber auch da ist die Frage, können wir nicht einfach mal, auch wenn wir einen nationalen Alleingang nach vorne gehen und dann vielleicht im Nachgang nach nivellieren, einfach um diesen Speed, den wir durchaus haben in der Wirtschaft, der an vielen Stellen sichtbar ist, um den nicht bremsen zu können. Wir haben natürlich das Thema Genehmigungsverfahren, das ist so gerade in der Befassung, wie wir es jetzt gerade in diesen konkreten Projekten sehen, die wir vorantreiben, da wird ein Schwindel, ich muss mal echt sagen, wenn man diese Zeiträume wieder sieht. Wir haben auf der anderen Seite, Sie hatten es gerade gesagt, das Thema LNG-Beschleunigungsgesetz. Ja, das geht, das kann man auch mal machen, das kann man auch zu diesem speziellen Zweck sehr gut nutzen, hat auch super funktioniert. Aber die Leute in den Behörden, fragen Sie, wie die gearbeitet haben, um das sicherzustellen, das ist kein Dauerlauf, das kannst du dir nicht oft doktieren. Da fehlen auch einfach die Ressourcen, um diese Genehmigungsprozesse sauber abbilden zu können. Also auch da muss dringend nachjustiert werden. Und ein ganz wesentlicher Fakt, wo ich auch als Leipziger für unser Unternehmen und den Standort auch werben möchte, ist dieser Ansatz, der sich auch in der letzten Woche in den Handelsplatzartikeln manifestiert hat, der Ansatz der Fragestellung, wie wirkt der Staat in die Infrastruktur, Gesellschaften zukünftig mit hinein. Und was ergibt sich daraus? Man muss gerade bei diesen Fernleitungsnetzbetreibern, die wir in Deutschland haben, wissen, wir haben ein extrem starkes Know-how im Transport von gasförmigen Energieträgern. Das ist eigentlich eine natürliche Synergie, wo man sagen kann, die sollten wir auch nutzen, um sie entsprechend auch später weiter zu verwenden, weil nur so gewinnen wir den zeitlichen Vorsprung, den wir brauchen und auch nach meiner Ansicht eine volkswirtschaftliche Effizienz dahinter steht. Also insofern bitte vorsichtig mit der Zentralisierung solcher Effekte, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn wir im eigenen Unternehmen diese Wasserstoffthematik nicht als die Zielstellung nach vorne treiben können, ist ganz schnell Schluss mit Fachkräften und der Motivation des Unternehmens. Also da bitte vorsichtig sein und auch diese Nivellierung, die wir teilweise sehen, wir haben jetzt teilweise im Energiesektor staatlich geführte Unternehmung aus verschiedenen Erwägungen heraus und weiterhin privatwirtschaftliche. Das muss man irgendwie alles versuchen mit in diesen Regelsetzungsprozess sauber zu verbauen, weil sonst kommen wir in Ungleichgewicht rein und dann führt es eben auch dazu, dass einzelne Regionen gegebenenfalls zurückfallen oder entsprechend nach vorne gestorben werden. Aus Ihrem Beitrag wurde ja quasi sehr deutlich, dass auch hier wir darauf angewiesen sind, tatsächlich, dass ein Stück weit alle Akteure in unserer Gesellschaft mitdenken, die Dynamik auch erkennen und innovativ sich selber Gedanken machen. Haben Sie das Gefühl, dass das tatsächlich auch ausreichend beispielsweise passiert auf unternehmerischer Seite, auf politischer Seite? Also ist Sachsen da auf einem guten Weg? Ja, also wir gehen da viele Themen durch den Kopf. Natürlich, weil sie jetzt Sachsen im Nachklang sagt, unser Partner ist meistens über die Bundesregierung im weitesten Sinne und mit Sachsen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade in den letzten Zeiten und ich sage, wir haben ja mit Leipzig wirklich einen Energieleuchtturm, hätte ich bald gesagt. Wir haben hier die EEX, wir haben die Prisma, die Europäische Kapazität für Marktungsplattform, wir haben die VNG, wir haben die Ontras. Also wir haben wirklich viele tolle Unternehmen hier, die eigentlich dort auch nach vorne treiben und das mitmachen. Ich glaube, was ich mir manchmal wünschen würde, ist noch ein stärkerer Dialog mit der Wirtschaft, wenn es um diese Regelsetzungsthemen geht. Da wird mir noch an vielen Stellen zu viel im Kleinen gemacht und dann kommt dann so ein Entwurf raus oder auch irgendein Leak und dann geht das wilde Diskutieren los. Kann man das nicht mit einem konstruktiven Diskussionsprozess im Vorfeld versuchen, ein bisschen einzufangen? Das wäre so meine Bitte in die Richtung. Ich würde zum Jens rübergehen. Ich lerne. Die Automobilindustrie an sich ist im Wandel. Du hast gerade oder vorhin ganz gut geschildert, das BMW Leipzig quasi gefühlt permanent und das schon seit über einem Jahrzehnt sich Stück für Stück wandelt. Wir haben von Herrn Barke gehört beim Thema Fachkräfte, dass da auch direkt an die Universitäten gegangen wird, um Leute quasi gleich für sich anzuwerben und dann eben so fit zu machen, dass sie auch sich gut in diesem Unternehmen entwickeln können. Nun haben wir aber auch Beschäftigte, die sind halt eben nicht frisch von der Uni, die kommen nicht frisch aus der Ausbildung, sondern sie arbeiten halt schon ein paar Jahrzehnte und sie machen halt das, was sie tun. Sie haben sich spezialisiert, sie sind fit in dem Bereich, in dem sie tätig sind und nun entwickeln sich Dinge. Das heißt, Unternehmen sind letztlich darauf angewiesen, dass auch diese Stammbelegschaft, nenne ich mal, auch quasi mitwächst, sich mitentwickelt. Muss Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik werden, wie Bundesarbeitsminister Heil sagte? Und falls ja, was sagen eigentlich die Beschäftigten dazu? Also ich wollte jetzt einfach mit ja antworten. Genau. Aber du hast ja nochmal nachgelegt. Also gut. Nein, das ist schon absolut richtig. Also so wie ich den Wandel vor uns beschrieben habe, bei mir im Betrieb muss natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert werden. Das geht gar nicht anders. Wir haben intern eine eigene Bildungsakademie bei BMW, die dann entsprechend auch genau geschnitten diese Weiterbildungsseminare anbietet, die auch stellenweise mit Prüfungen hinterlegt sein müssen, weil wer mit Strom arbeitet, weiß, was das bedeutet, wenn man da unsachgemäß umgeht. Ja, da gibt es so einen Spruch mit drei Wörtern dazu. Das passiert. Das müssen die Unternehmen auch machen. Wenn man von Arbeitskräften, Fachkräftemangel redet, muss man erstmal an seine eigene Belegschaft denken, dass die bei ihm bleibt. Und da muss man die auch entsprechend weiterqualifizieren, dass die weiter motiviert ist, auch im Betrieb zu bleiben. Darf ich mich klatschen? Ja, weil ich habe das meinen Personalleitern, die wechseln ja bei mir auch alle drei Jahre, immer wieder gesagt gehabt, die Zeit wird kommen, dass aus dem Arbeitgebermarkt ein Arbeitnehmermarkt, bei dem Arbeitskräfte kommen wird. Und er ist schneller gekommen, als man dachte. So, und jetzt kommen genau die, ich kenne jetzt immer Sachen Edge, aber das macht man ja nicht, wenn man mitgestalten will, sondern es ist genau das gefragt, dass man halt wirklich jedem, der im Betrieb ist, auch eine Weiterbildung anbietet. Und da geht es, wir haben auch Ungelernte bei uns beschäftigt, weil einfache Montierarbeiten sind Anlerntätigkeiten, das kriegt man hin. Wir haben Flüchtlinge integriert aus den Jahren 2015, 2016. Also wir haben da relativ vielfältige Programme, klar, BMW ist so ein Riesenunternehmen, die kann auch manche Dinge anders stemmen, das ist mir auch klar. Gehört aber bei uns auch mal zur Kultur seit vielen Jahrzehnten, geprägt auch aus den westdeutschen Betrieben, da dazu, dass man halt sich auch für alles offen hält und eine offene Kultur im Betrieb pflegt. Und jeder herzlich willkommen ist. Übrigens auch Frauen, haben wir vorhin auch schon mal im Vorgespräch diskutiert, dass wir eine relativ hohe Frauenquote haben, die auch in der Produktion arbeitet. Ja, also wie gesagt, Weiterbildung gehört dazu. Und ich darf aber vielleicht noch einmal einen kleinen Abwascher zu deiner Frage machen, weil das betrifft ihn mit. Für mich gibt es zwei Stellschrauben, um diese Wende für die Zukunft hinzubringen. Das ist einmal das Fachkräfte, Arbeitskräfte für mich, dass das gelöst wird hier bei uns. In meiner Meinung nach geht es nur mit einer gezielten Zuwanderung. Da bin ich ganz ehrlich. Das geht mittelfristig nur so. Und das Zweite ist die Energiepolitik. Wenn es uns nicht gelingt, Energien herzustellen und hier anzubieten in dem Land, dass die Betriebe hier bleiben, wandern die weg. Dann haben wir auch keine Arbeitskräfteprobleme mehr, weil dann wandern die auch weg. Also das ist ganz großer Fakt. Und das Thema Wasserstoff, er hat es gesagt, das geht so lange schon, das hat jetzt nichts mit Pandemie und mit Krieg zu tun und Erdgasmangel, sondern das betreiben wir bei BMW in Leipzig. Leute, da kann gerne mal jemand, da kann gerne mal zu mir kommen, seit 2015 unsere ganzen internen Fahrzeuge, die wir haben, das sind solche Routenschlepper oder Gabelstapler, die wir fahren, die in den Hallen unterwegs sind, sind sukzessive auf Wasserstoffantrieb umgerüstet worden. Wir haben knapp 100 solche Fahrzeuge jetzt im Betrieb, die tanken im Betrieb selber Wasserstoff, mittlerweile sogar autonom, die fahren da alleine ran, das ist alles machbar. Wir haben im letzten Jahr einen Brenner für eine Trockenkabine für die Kasserien. Autos werden lagiert und noch mit anderen Stoffen versehen, die müssen schnell getrocknet werden, damit der Produktionsprozess bezahlbar bleibt. Da brauchen wir viel Wärme, bisher mit Erdgas gemacht. Wir haben voriges Jahr das erste Mal so einen Brenner auf Wasserstoff umgebaut. Einen, wir haben aber 60 bei uns im Betrieb und wer die ganzen Automobilwerke in Deutschland kennt, weiß, dass also nicht bloß eine Stahl- und eine Gießereiindustrie den Wasserstoff braucht, sondern auch dort überall, wo viel Wärme eingesetzt wird. Wir würden sofort umbauen, die restlichen Brenner. Wenn wir wüssten, dass der Wasserstoff nicht mit einem LKW kommt, sondern dass wir endlich die Leitung hierher kriegen. Henning Huhmann hat es vorhin gesagt gehabt, im Beispiel in der Anmoderation, dass er von den Stahlwerken in Meißen, dort vom Geschäftsführer gehört hat, er würde gerne die Leitung aus Leipzig hergelegt bekommen. Die liegt ja noch nicht mal in Leipzig. Das ist ja das Problem. Die ist ja noch nicht mal in Leipzig angekommen. Und im Norden von Leipzig gibt es so viele Abnehmer. Wenn man da, das kommt aus Bad Lauchstedt, das ist westlich von hier. Wenn man da auf der Karte weiter rüber geht, hat man als erstes einen Flughafen, der da auch viel damit anstellen kann. Man hat DHL daneben, man hat das Porsche-Werk daneben, die das genau so ein Automobilwerk sind. Und der ganze industrielle Norden kann diesen Wasserstoff dringend gebrauchen und gut verwerten. Und zwar am besten morgenschön. Entschuldigung, das tischert Arbeitsplätze. Genau. Und wir sind schon dran, muss man ganz klar sagen, weil diese Leitung, die Sie erwähnten, nämlich die auch runter bis zu den Stahlwerken geht, die ist im Grunde schon in der Bearbeitung. Aber das ist dieses bewusste EPSAI-Projekt, wo wir eben gerade jetzt feststecken in den ganzen Genehmigungs- und Zustimmungsprozessen. Bevor ich eine Frage an Katrin noch mal richte, vielleicht eine kleine Vor- und Kündigerns-Publikum. Sie haben auch noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich gebe Ihnen einfach noch ein paar Minuten, um sich zu sammeln, sich ein paar Gedanken zu machen. Und wenn es dann quasi so weit ist, dann kann die Hand hoch. Und ich habe gehört, es gibt eine, meine nette Kollegin, sie hat das Mikro, sie eilt zu Ihnen. Und dann machen wir weiter. Aber erst mal kurz zu mir und zu Katrin. Ich habe ja diverse Male erwähnt, dass du aus der Lausitz kommst. In der Lausitz lässt sich verfolgen, dass Transformation ein Balanceakt ist. Nennen wir es mal so. In dem unterschiedliche Interessen in Einklang gebracht werden müssen. Genau hier wird eben deutlich, dass so ein Prozess höchstpolitisch ist und ein Unterfangen, das auch erst mal gestemmt werden muss. Und am besten, würde ich sagen, gelingt es, wenn Landesregierungen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Menschen vor Ort an einem Strang ziehen. Was können wir denn aus diesem Prozess lernen? So für Sachsen. Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, wenn diejenigen Akteure, die du gerade genannt hast, das gelernt hätten, an einem Strang zu ziehen, da schwächeln die aktuell noch ein bisschen und sind oft eher im Jammertal unterwegs. Aber genau das ist es. Wir schaffen es, wenn wir es schaffen, schaffen wir es nur gemeinsam. Und das, was du ansprichst, diese Transformationsprozesse in der Lausitz, das geht manchmal durch Familien durch, diese unterschiedlichen Befindlichkeiten. Oder manchmal hast du einerseits jemanden, der ist bei der LEAG beschäftigt, verdient dort sein Geld und zu Hause ist sein Haus vom Abbackern bedroht. Also in welcher Verfassung sind diese Menschen, um zu überlegen, wie entscheide ich mich jetzt? Demonstriere ich gegen meinen Arbeitsplatz, damit mein Haus bleibt? Aber dann kann ich das Haus nicht mehr bezahlen? Also ich würde sagen, es ist nicht trivial. Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich denke aber, viele, ich will nicht sagen, haben ihren Frieden mittlerweile damit gemacht. Sie haben sich einfach darauf eingestellt. Ich bin vorhin in meiner Rede auch darauf eingegangen, dass sie einfach gesagt haben, ja, wir erkennen das an. Wir müssen aus der Kohle raus. Auch wenn es schmerzt. Und es schmerzt jeden Kohlekumpel, genau wie jeden, der einen Beruf mit Leib und Seele macht und dem man sagt, und morgen darfst du deinen Beruf nicht mehr ausüben, weil das macht was mit Menschen. Und das, denke ich, da schwächeln wir vielleicht manchmal auch von der Politik her, dass man nicht ganz so achtsam auch mit diesen Sachen umgeht. Dass das wirklich schwierig ist und zu überlegen, wie kann man das Beste daraus machen. Und wir haben zum Beispiel, weil ich gesagt habe, unsere gerade KommunalpolitikerInnen auch, dann wird halt gestritten. Wer ist kernbetroffen? Wer ist nicht kernbetroffen? Wer kriegt jetzt noch ein bisschen mehr Geld? Wer kriegt ein bisschen weniger Geld? Und wieso kriegt die Nachbarkommune Geld, um den Kirchturm oder den Kindergarten anzustreichen? Und ich kriege nichts. Also es sind viele Sachen, wo ich sage, okay, hätte man vom Land her auch ein bisschen besser steuern können. Wir können ja über die Landesgrenze nach Brandenburg gucken. Und da läuft das gut. Auch mit Großprojekten. Das ist ja das, was die Leute immer anfixt. Dass sie sagen, ja, jetzt haben wir hier Transformationen, jetzt haben wir Strukturwandel, jetzt müssen hier Riesenprojekte her. Und dafür muss die Politik jetzt sorgen, unter allen möglichen Bedingungen. Anders wird ein Schuh draus. Die Gegend muss im Endeffekt so lukrativ sein, dass diejenigen, die wir brauchen, auch hinkommen. Und da möchte ich mal den Bogen noch mal zu der Infrastruktur lenken. Was haben wir denn nach der Wende gemacht? Viele Orte, viele Kommunen, viele Städte, die haben in der Peripherie ein Industriegebiet gebaut. Die haben die Infrastruktur vorgelegt, die haben Strom gelegt, die haben einfach gesagt, hallo, hier ist Platz, kommt her, wenn ihr euch bei uns ansiedeln wollt. Hat mehr oder weniger gut geklappt? Ja, unterschiedlich. Aber, und jetzt gehen wir hin und sagen, wir müssen erst 20 Jahre wirtschaftlich überprüfen, ob sich denn die Infrastruktur rechnet. Ob es denn sinnvoll ist, diese Autobahn zu erweitern. Oder diese Strecke zu elektrifizieren. Ich habe da so ein paar Bahnstrecken im Kopf. Wenn ich so an Dresden über Bautzen nach Görlitz denke oder Görlitz-Berlin. Also einfach Sachen, und die sind existenziell. Und da sind wir dabei, dass wir, glaube ich, in der Vergangenheit die Infrastruktur zwar immer mitgedacht haben, aber eigentlich hätten wir sie vordenken müssen. Wir sind schon fünf nach zwölf. Das ist das Problem. So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich sehe zwei Wortmeldungen. Meine Kolleginnen, ich sage es mal so, je nachdem, wie umfangreich die Fragestellungen sind, sammeln wir oder ich gebe sie quasi sofort weiter. Es wäre schön, wenn Sie und ihr euch kurz vorstellen könntet und idealerweise die Frage konkret interessieren würdet. Ja, Vincent Drews von der DGB-Jugend in Sachsen. Das Thema Fachkräfte ist ja mit Blick auf die Transformation jetzt schon mehrfach angesprochen worden. Ich will es gerne an einem Punkt noch mal konkret machen. Der große Bedarf an Fachkräften ist ja in der Runde Konsens gewesen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite leisten wir uns nach wie vor, dass jedes Jahr tausende Jugendliche nach ihrem Schulabschluss nicht in eine berufsqualifizierende Ausbildung starten können. Das Problem kann man lösen. Das Problem kann man mit einer gesetzlichen Ausbildungsgarantie lösen. Das ist was anderes als das, was jetzt vom Bundesarbeitsministerium als Entwurf vorliegt. Uns geht es da tatsächlich oder aus unserer Sicht muss es da tatsächlich wirklich um einen rechtlich verbrieften Anspruch auf einen Ausbildungsplatz gehen. Und deswegen würde ich gerne die Frage an Lars und Katrin adressieren. Kriegt ihr aus diesem Entwurf, der da jetzt vorliegt, tatsächlich noch eine echte Ausbildungsgarantie hin? Ich würde noch kurz eine zweite Frage vielleicht mit dran nehmen. Genau. Also bei mir wird es etwas intensiver. Mein Name ist Andreas Heinrich. Ich komme aus dem Vorkland vom Ortsverein Blauen. Und gerade das Thema Wasserstoff und Industrie mit der Transformation, das interessiert mich sehr. Da bin ich auch sehr dahinter. Aber da besteht erst mal meine Frage, warum wird von der Bundesregierung nur Solar- und Windkraft genutzt oder zum Ausdruck gebracht und die Geothermie wegfallen? Wir hatten vor kurzem einen Zeitungsartikel, da bin ich auch sehr dahinter, da mitzuwirken, dass im Vorkland, wir haben die drittgrößte Kaldera unter unserem Boden. Und wenn man das mal groß hochrechnet, wenn man ein Geothermie-Kraftwerk nur eins, was die Größe hat, was in der Nähe von Räikkabik steht, das produziert 300 Megawattstunden, hat sieben Turbinen und versorgt die ganze Region Räikkabik mit Strom und Wärme und produziert noch Wasserstoff. So, wenn wir im Vorkland, was möglich ist, weil da gibt es schon einen Forschungsauftrag vom Deutschen Geothermie-Zentrum Potsdam, Bergademie Sachsen und Jena, die bei uns in der Gegend forschen, wo das möglich ist. Und es ist möglich, das steht schon fest. Und wir könnten, wenn wir zwei Geothermie-Kraftwerke haben, so viel Strom und Wärme produzieren und zusätzlich noch grünen Wasserstoff, dass es für Sachsen und Deutschland reichen würde. Und da bräuchten wir keine Trasse legen, die den Wasserstoff produziert, sondern wir sind angebunden ans deutsche Bahnnetz. Wir könnten per Bahn das nach Zwickau, Chemnitz, Dresden, Bautzen, Leipzig, können wir das bequem transportieren. Und ich würde sagen, so etwas wäre vielleicht eher in Betracht zu ziehen, wie jetzt hier irgendwo Windräder oder Solaranlagen aufzubauen, weil die benötigen wahnsinnig viel Platz und der Geothermie-Kraftwerk weniger und wäre sehr effektiver. Super. Ich würde es jetzt erst mal ganz kurz bei den beiden Fragen lassen. Wir machen da noch eine Runde. Die erste Frage war zur gesetzlichen Ausbildungsgarantie. Da würde ich gerne, Katrin, das Wort geben. Genau, das übernehme ich mal. Natürlich, der Regierungsentwurf ist der Regierungsentwurf und dann kommt das parlamentarische Verfahren, sage ich mal so salomonisch. Ich möchte aber trotzdem dir noch eine andere Antwort geben, weil ich kann mich an Jahre erinnern, da haben wir als Gewerkschaften auch schon mal für eine Ausbildungsgarantie gekämpft. Und das waren zu Zeiten, wo es im Prinzip mehr Jugendliche gab als Arbeitsstellen. Das heißt, wir haben die Arbeitgeber dazu freundlich überredet, als Gewerkschafterinnen Arbeitsplätze vorzuhalten. Also ich will sagen, du kannst mit einem, mit einer Garantie, die du festschreibst, vergleich es mal mit der Garantie, jeder hat ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Trotzdem hast du nicht die Garantie, dass über Nacht überall die Kindergärten sprießen. Genau da, regional, wo du es brauchst. Also das ist immer, ich sage es immer, im Durchschnitt war der Dorfteich 80 Zentimeter tief und trotzdem ist die Kuh ertrunken. Also du kriegst es nie da vor die Haustür ganz genau, wie du es haben musst. Du musst mehrere Stränge bedenken. Und ich will auch sagen, wir haben viele Unternehmen, die tun das schon lange. Ich glaube, bei euch ist es genauso. Ich kann aus meiner Zeit bei BASF auch berichten, dass wenn du eben Mitbestimmung und Betriebsräte im Werk hast, die achten auch, dass Ausbildung funktioniert. Und dann hatten wir auch Zeiten, die werden ja jetzt nicht besser, dass die Jugendlichen nicht so gut ausgebildet die Schule verlassen. Da kann man jetzt jahrzehntelang drüber lamentieren und die Jugendlichen sind heute anders. Da muss die Ideen entwickeln. Wir haben einfach ein nulltes Ausbildungsjahr gemacht. Das heißt, wir haben die genommen, die zwar Lust hatten, aber doch nicht so gut in der Schule für den ersten Ausbildungsberuf. Die haben wir ein Jahr sozusagen befleißigt. Und da haben wir rundherum den Zirkel gezogen und haben die kleinen und mittelständischen mit reingenommen. Und haben gesagt, ihr könnt die auch zum Praktikum haben. Und da haben wir ganz viele vermitteln können, wo die Unternehmen am Anfang gesagt hätten, ich hätte mich anhand des Zeugnisses für den nicht entschieden. Den hätte ich aussortiert. Ich hätte es mir nicht getraut. Aber der war ein Praktikum hier. Der ist ja großartig. Und das mit dem Rechnen kriegen wir auch noch hin. Also ich sage, du musst ganz viele Facetten und viele Säulen denken. Eine Garantie gehört dazu, aber die wird nicht das Allheilmittel sein. Darf ich da ergänzen? Auch als Praktiker, du warst das ja auch mal in einem Betrieb. Das richtige Einstiegsqualifizierungssache macht BMW auch, um eben halt welchen den Sprung zur Ausbildung zu ergeben. Der Anspruch, jeden Ausbildungsplatz zu garantieren, das ist ja schon erst mal Gutes zu tun. Ich glaube aber, dass das mit einer einen Regulatorik, wie du auch schon gesagt hast, Kathrin Neff, funktioniert. Ich wünsche mir da mehr und da rede ich auch schon seit Jahren auch mit meinem Betrieb, weil wir haben auch viele Zulieferer direkt im Werksgelände und am Werksgelände dran. Die können sich das mitunter gerade leisten, auszubildende. Die haben manchmal auch nur Verträge, die fünf Jahre gehen. Warum soll ich dann eine dreieinhalbjährige Ausbildung mit jemandem anfangen, wo ich gar nicht weiß, was ich mit denen dann in dreieinhalb Jahren mache, wenn ich den Vertrag verliere? Ich wünsche mir, dass es mehr Verbundausbildung gibt. Und zwar finanziert zum einen durch Politik und durch Wirtschaft. Da glaube ich, da ist nochmal ein Hebel zu setzen, weil man dann auch schneller reagieren kann auf Wandel der Arbeitsplätze. Und dann auch schneller, sage ich jetzt, dass man das anpassen kann. Und da kann man durchaus Praxiseinsätze in Betrieben machen. Das muss also nicht immer nur ausgelöst von Wirtschaftsunternehmen sein, sondern es muss für mich ein Mix sein. Gab es? In DDR-Zeiten war sowas. Kannst du dich bestimmt auch noch dran erinnern, da haben wir sowas gemacht. Also es ist ja nicht alles schlecht gewesen, was es damals gegeben hat. Sowas sollte man sich vielleicht mal eher anschauen, ob das nicht eine Sache wäre, Gucko Richtung Martin, gehört in sein Ministerium rein, Blaubachers Geld dazu, vom Finanzminister. Ob das eine Idee mal wäre, wo man sowas, was du vorgeschlagen hast, Vincent, tatsächlich dann schon mal besser, pragmatischer lesen kann, als das EFOS-Papier festzuschreiben. Einen letzten Beitrag noch von Katrin, dann würde ich zur zweiten Frage, die gestellt wurde, übergehen. Genau, eine kleine Ergänzung noch, weil bevor die Ausbildung losgeht, steht die Bildungsorientierung. Ich glaube, das ist auch ein großes, weites Feld, wo wir extrem Probleme haben, weil eben viele entweder keine Ausbildung beginnen oder eben dann abbrechen, weil es nicht die richtige Ausbildung ist, etc. pp. Und da müssen wir es wirklich schaffen und da gilt es auch, Gesetze umzusetzen, nämlich, dass man genau verfolgen kann, wenn jemand die Schule verlässt, wo verlässt er die hin? Geht er zum Studium? Beginnt er eine Ausbildung? Bleibt er unversorgt? Und dass das bei den Jobcentern, bei den Agenturen sozusagen landet, damit die sich ganz gezielt um die unversorgten Jugendlichen kümmern können. Und noch ein letztes Wort, natürlich, ich komme aus dem ländlichen Gebiet, das ist gar nicht so einfach. Wenn du überlegst, jetzt möchte ich gerne Bäcker werden und die Schule, ich wohne jetzt in Kamenz und die Schule ist vielleicht in Zittau und das Praktikum ist in kleinen Puschwitz und ja, und ich bin 16 Jahre alt und ÖPNV schwierig. Also auch die Probleme hast du. Es ist ein Konglomerat aus vielen Sachen, aber es ist so wichtig und deshalb gilt unsere aller gemeinsame Anstrengung, dass wir jeden Jugendlichen finden und keinen unversorgt lassen. Da lautet das Fazit also wie so oft, das ist kompliziert. Aber lösbar. Das ist ein wichtiger Nachsatz gewesen. Die zweite Frage, widmete sich dem ganzen Thema fehlender Fokus auf Geothermie, zu viel Fokus auf Solar- und Windkraft? Nachsatzfrage, Lars? Genau, nur drei Sätze gerade noch zu dem anderen Thema, weil es ist nicht kompliziert. Wir müssen nur darauf achten, dass wir alles tun. Also wir haben vorhin schon das Thema Fachkräftezuwanderung anklingen lassen. Das ist total wichtig und da würde ich mir wünschen, dass auch sein noch stärker von Unternehmensseite klar gemacht wird, dass wir das brauchen. Es gibt ja immer noch diesen Kulturkampf gegen ein paar Jungs in der CDU, die der Meinung sind, das braucht man alles nicht, weil dann kommen ja noch mehr Ausländer her und so weiter. Das ist ja der Sound, den Friedrich Merz und andere da manchmal drauf haben. Also klar zu machen, wir brauchen Zuwanderung von Fachkräften und das brauchen wir jetzt auch schnell. Aber, und jetzt kommt mein Aber, und das sage ich auch an diejenigen, die das aus der Wirtschaft gerade fordern, es geht auch darum, denjenigen eine Perspektive zu geben, die schon hier sind und die vielleicht Probleme in der Tat im schulischen Alltag haben. Da müssen wir gucken, wie wir das Bildungssystem bis hin zur Ausbildungsgarantie stärken können. Und es geht darum, dass wir auch dafür sorgen, dass, und da habe ich jetzt gelernt, das ist weniger ein Problem in den ostdeutschen Bundesländern, aber in den westdeutschen, dass wir auch gucken, wie wir Frauen zum Beispiel aus Teilzeitfallen rausholen und dafür sorgen, dass der Anteil von Frauen im Erwerbsleben auch gesteigert werden kann. Und das ist nicht das eine oder das andere, sondern das ist alles drei zusammen. Sich um die Jugendlichen hier kümmern, gucken, dass wir mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen haben durch gute, attraktive Arbeitsplätze, durch das Umwelt und es ist Fachkräftezuwanderung. Und wir müssen als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten darauf achten, dass man nicht nur das eine tut und dann haben wir nachher die Probleme mit den jungen Menschen, die wenig Perspektiven haben oder mit den Frauen, die wir eben aus so einem Umfeld rausholen, haben wir weiter. Also das ist für mich ganz klar. Geothermie, wenn ich nur sage, gibt es sehr klare Verabredungen im Koalitionsvertrag, dass wir Geothermie stärken wollen. Robert Habeck hat jetzt auch das Eckpunktepapier vorgelegt als zuständiger Minister. Ich hätte mir gewünscht, dass es schneller geht, aber das ist, sage ich jetzt auch wirklich, sehr respektvoll, das ist keine Kritik an Robert Habeck und sein Ministerium, weil was die da geleistet haben im ersten Jahr, das ist brutal gewesen, was die alles im energiepolitischen Bereich machen mussten. Aber die Eckpunkte sind da. Ich kenne es aus meinem Wahlkreis, welche Potenziale es im Bereich Geothermie gibt. So, deswegen kann ich dir zusagen, das geht jetzt auch weiter. Da wird jetzt vor der Sommerpause soll es weitere politische Schritte auch auf Bundesebene geben. Ihr habt nachher den Matthias Miersch hier, der unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender für das Thema ist, der da auch tief drin steckt. Ich würde einfach empfehlen, dass du das Thema bei Matthias nachher auch nochmal ansprichst. Aber wir werden als SPD auf Bundesebene sehr darauf achten, dass das Thema Geothermie in dieser Legislatur von dieser Bundesregierung vorangetrieben wird. Und dann aber auch noch ein kurzes Aber. Aber, also, es ist nicht Geothermie und dafür nicht Photovoltaik oder Windkraft, sondern die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir alle Potenziale, die da sind, im Bereich der erneuerbaren Energien ausnutzen. Und es darf nie wieder, sage ich ja auch, Situationen geben, wo man auf Bundesebene sagt, so jetzt machen wir das mit den erneuerbaren Energien und dann kommst du auf die lokale, regionale Ebene und da wird jede Windkraftanlage bis zum bittersten bekämpft. Ja, das kann nicht funktionieren. Und wenn wir gelernt haben im letzten Jahr, dass wir nie wieder energiepolitisch irgendwo abhängig sein wollen, dann geht es nur, indem wir wirklich einen Booster bei Erneuerbaren haben. Es wird Landstriche geben, wo eine Windkraftanlage keinen Sinn macht aus irgendwelchen Gründen und wo dann eher Photovoltaik oder Geothermie oder whatever, das muss einer klugen Regionalplanung überlassen sein. Aber trotzdem merke ich ja, dass es nach wie vor noch verbreitet diese Haltung gibt, lass mich mal mit Erneuerbaren in Ruhe, hast du nicht gesagt. Also es ist gar keine Unterstellung. Ich will es dir von der Bühne einmal sagen, wir müssen viel, viel mehr machen im Bereich der Erneuerbaren, als es in den letzten Jahren möglich war. Das Positive ist, die Union ist nicht mehr dabei, das waren immer die Bremser. Aber es muss jetzt eben auch nach vorne gehen. Und diese Bundesregierung wird daran gemessen, dass wirklich wir eine Beschleunigung im Ausbau der Erneuerbaren hinbekommen. Und da mache ich als Parteivorsitzende auch Druck, dass das am Ende dieser Legislatur als Bilanz steht. Ich würde noch einmal eine letzte Möglichkeit geben. Matthias Ecke, hier vorne meldet sich schon recht lange und dann, ich würde dann die Auswahl dir überlassen. Ich mache es mir mal leicht. Ich würde sagen, wir machen noch insgesamt drei Leute. Genau. Ich halte es fest. Okay, alles klar. Ja, Matthias Ecke, hallo, Europaabgeordneter für Sachsen, auch jetzt im Industrieausschuss. Deswegen sind mir die Themen, die Sie alle hier angesprochen haben, sehr bekannt. Das Gasmarkt-Package beschäftigt uns sehr. Wir sind auf der Zielgeraden. Ich kann es Ihnen versprechen. Ist aber eine komplexe Regulierung und ich weiß natürlich auch aus sächsischer Abgeordneter, was das für uns hier bedeutet. Ich würde da aber einen Aspekt noch mal ganz gern ansprechen, weil der hat ein bisschen was damit zu tun. Wir haben in dem Bereich zum Beispiel, dass das Problem mit dem Unbundling, also der Frage der Entflechtung vertikal und horizontal auch eine Position, mit der wir umgehen, die, sage ich mal, eine sehr orthodoxe Wettbewerbsliberale ist, die in der Kommission sehr stark ist, wo man dann auch sozusagen die Perspektiven für die Unternehmen, auch langfristig profitable Investitionen zu machen, sehr dadurch infrage stellt, dass man einen extrem harten Fokus auf den Wettbewerb legt. Und das haben wir auch an anderer Stelle. Das IPSAI wurde erwähnt, das dauert extrem lang, weil die Kommission zu wenig Kapazitäten hat, die Notifizierung durchzuführen, was aber auch daran liegt, dass es extrem komplex ist. Es ist unglaublich anspruchsvoll und all das wird getan, weil das Prinzip, dass der Binnenmarkt vollkommen störungsfrei funktioniert und möglichst keine staatlichen Beihilfen kommen, wird immer noch heilig gehalten von vielen in Brüssel. Das ist neoliberale Orthodoxie an vielen Stellen. Und langsam kommen wir da einen Schritt voran. Wir haben jetzt die Debatte über neuen grünen industriellen Deal. Das ist Ihnen, das ist euch allen bekannt. Da geht es auch darum, solche Beihilfefragen zu erleichtern. Aber, und den Ball muss ich dann jetzt nochmal zurückgeben, auch nach Berlin, wir werden dafür einen Preis zahlen müssen, als Deutschland, als größtes Industrieland. Weil wir sind das Land, das am ehesten in der Lage ist, mit nationalen Ressourcen solche Beihilfen auch zu geben. Und wenn sie gestattet werden, werden die anderen Partnerländer von uns erwarten, dass wir sie irgendwie kompensieren. Wir reden über europäischen Souveränitätsfonds, wir reden über die Regionalpolitik, um mehr Koalition zu schaffen. Wir reden über neue europäische Eigenmittel. Wir werden als Deutschland uns da auch bewegen müssen, im Rat, die Bundesregierung, aber natürlich ein großer Appell auch an die Kanzlerpartei, dass wir da mit unseren europäischen Freunden gemeinsam den Weg finden. Weil es gibt viele in Brüssel, die wollen nicht, dass wir mehr Industriepolitik in Europa machen, weil die denken, das ist eine Politik nur für die Deutschen. Und viele, die, ich spitze es mal zu, sagen, dann lass uns lieber alle gleich deindustrialisiert sein in Europa, dann sind wir wenigstens gleich. Und das kann nicht unsere Politik sein. Vielen Dank, Matthias Ecke. Sie haben Glück, das war eher ein Statement aus europapolitischer Perspektive, deswegen, ich würde trotzdem noch drei Fragen mit dran nehmen. Guten Tag, ich bin Astrid Riechmann, eine von zwei Abgeordneten, Stadträtinnen der Stadt Bautzen und ich möchte was zum Stadt-Land-Gefälle fragen. Der Landkreis Bautzen hat zu 97 Prozent Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten. Viele von den Unternehmen haben Gabelstapler, die würden möglicherweise auch auf Wasserstoff umgerüstet werden. Ich weiß, dass Südbrandenburg sich entschieden hat, ganz viele Wasserstofftankstellen und ein Netz aufzubauen. Sachsen macht das nicht. Für mich ist die Frage an den Herrn Barke, ist irgendwas geplant, dass auch ein Netz an Wasserstoff in die Lausitz kommt? Und ich meine damit Sachsen, in die sächsische Lausitz? Weil das ist wichtig, dass die Unternehmen, die so klein sind, sich auch ökologisch beteiligen können. Danke. Genau, ich würde noch zwei Fragen sammeln. Ja, hallo. Deine Siegel, also ich würde ein bisschen auf das Thema mit eingehen, was die Kollegin da aus Bautzen sagte. Vielleicht bloß einmal ganz kurz, wir hatten ja jetzt das Thema hier, Berufsorientierung, war, nee, einfach mal anfangen, im Gymnasium auch die duale Berufsausbildung verpflichtend mit anzubieten. Also wenn man mit den Direktoren vom Gymnasium spricht, das ist immer nur dieser akademische Weg, sondern wirklich verpflichtend, geht in die duale Berufsausbildung, studieren könnt ihr immer noch. Das vielleicht nochmal so als Punkt. Und dann wurde ganz oft das Thema Ausbildungsplatzgarantie besprochen. Also ich darf in meinem beruflichen Kontext, Martin, du weißt es, 4.200 Tankwerksbetriebe im Landkreis Görlitz vertreten. Und dort ist es halt so, je nach Branche geht in den nächsten 10 Jahren ein Drittel bis sogar die Hälfte in Rente. Also die Frage ist, wir können jetzt hier Ausbildungsgarantien aussprechen, wenn es die Betriebe aber nicht mehr gibt. Und da will ich dann vielleicht auch nochmal drauf bringen, wir haben das neben den Verbundausbildungen, das EQJ, das EQ+, das WALI-Kommen. Das muss mehr in die Fläche kriegen, mehr in die Fläche kommen, um sozusagen auch Leuten dort was zu ermöglichen. Das als Frage, wie kann man diese duale Berufsausbildung in Gymnasien und anderen Möglichkeiten stärken. Dann war noch das Thema, wir reden hier immer vom Strukturwandel, Strukturwandel. Ich saß gestern bei der Stadt Görlitz unter anderem für das deutsche Raumfahrtzentrum, was ja kommen soll. Eine schöne Geschichte. Die Betriebe sagen aber, das, was ihr dort vorhabt, können wir Stand heute nicht stemmen, weder wirtschaftlich noch personell noch von den Ressourcen. Und erschwerend kommt halt hinzu, die brauchen mindestens 1000 Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, wir nehmen uns die wenigen Leute, die jetzt in der Region sind, nochmal weg. Wäre es denn nicht sinnvoller, bei dem ganzen Strukturwandel-Thema, die Betriebe, die da sind, die kleinen und mittelständischen und Bautzen und Görlitz nimmt sich dann die vier mit zehn Mitarbeitern pro Betrieb zu ertüchtigen. Also denen wirklich die Chance zu geben, zu qualifizieren, auszubilden, sich auszubauen. Weil die, wie du schon sagtest, bei BMW, dieser Strukturwandel, ist schon all die Jahre, der Handwerksbetrieb, der kleine Speiser, die Bäckerei, Fachverkäufer und so, die sind immer, immer wieder im Wandeln, das all die Jahre schon. Und wenn die Glocke von oben kommt mit einem Raumfahrtzentrum, was ehrlich gesagt in den Städten, du wirst selber wissen, Katrin, schwierig angesehen wird, weil es, wie gesagt, Arbeitsplätze und Ressourcen bindet, die aktuell nie da sind. Und noch eine letzte, knappe, kurz formulierte Frage. Das ist deine Herausforderung. Ja, lieber Lars, mein Name ist Johannes Guillermatt, ich bin der Vorsitzende der AG Selbstaktiv aus Mittelsachsen. Und ich finde es richtig, dass du angesprochen hast, die Menschen, die auch hier sind, muss man mitnehmen, vor allem auch berücksichtigen. Da möchte ich mal eine Personengruppe oder Menschengruppe ansprechen, die hinten runterfällt, schon längere Zeit. Menschen mit Behinderungen. Wir erleben, dass ja die Arbeitslosigkeit, bei Langzeitarbeitslosen, dass bei Schwerbehinderten die ungünstiger verläuft als bei dem Rest, obwohl sie besser qualifiziert sind. Und hier müsste man wirklich ansetzen, dass man auch dieses Potenzial abschöpft, dass man auch wirklich in die Richtung gehen, wie jetzt in dem Gesetz, über den inklusiven Arbeitsmarkt, wie bei dem Budget für Ausbildung, dass man eben das lebenslange Lernen wirklich daran bringt und wie gesprochen worden ist, bei denjenigen, die eben nicht die Voraussetzungen durch die Schule mitbringen, dass man es zwischenschaltet. Das muss man eben weiter öffnen. Muss man wirklich so betreiben und muss die Unternehmen auch in die Richtung bringen, dass es sich für die lohnt, beziehungsweise dass es eine zwingende Situation für sie schafft, dass sie auf das Zugriff ist. Denn wenn wir immer hören vom Arbeitskräftemangel und man lässt eine ganz große Gruppe einfach links liegen und vor allen Dingen, das hat auch eine volkswirtschaftliche Komponente, weil durch die ganze Sache mit Corona, die Post-Covid-Fälle, die alle nicht mehr dieses Leistungsvolumen abrufen können, was sie vor ihrer Erkrankung abgerufen haben, auch die muss man in der Richtung sichern auf dem Arbeitsmarkt halten. Und da muss man wirklich dann ein bisschen mehr tun. Deshalb müssen diese Projekte, die wir im Bund vorantreiben, auch wirklich in den Ländern, insbesondere mit sozialdemokratischer Regierungsbedingungen, umgesetzt werden, dass man wirklich dann auch Erfolge erzielt. Vielen Dank. Ich sortiere nochmal. Die allererste Frage ging an Herrn Barke zum ganzen Thema Wasserstoffnetz in die Lausitzreihen. Ja, ich kann das kurz machen. Das Thema Lausitz, so wie Brandenburg als auch sächsische Seite ist bei uns in der Betrachtung schon drinne, allein getrieben durch die LEAG mit ihren großen Kraftwerken, die natürlich auch entsprechende Ideen hat, wie man das Ganze zukünftig gestalten will. Wie schnell wir dann in die Fläche kommen, müssen wir uns dann im Detail nochmal angucken. Aber die Lausitz ist definitiv auch ein Betrachtungsschwerpunkt unsererseits. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr. Ich würde einfach mal die Frage zum Thema duale Berufsausbildung, mehr an Gymnasien werden. Ich würde die gerne mal an Jens stellen. Wie ist so eure Erfahrung? Verstanden. Passt. Passt, passt. Und glaubt mir, ich kann da auch noch mitreden, ich habe eine Tochter, die geht in der 8. Klasse auf den Gymnasium um die Ecke. Also bin auch da jetzt noch mit vom Praxis da Beispiel damit eng verbunden. Wir von BMW haben uns vor Jahren ganz am Anfang, als der Lehrlingsmarkt überquoll, das ist ja vor uns angesprochen worden, und es weniger Plätze gab, auch fast nur auf die Abiturienten gestürzt. Haben wir dann auch festgestellt, dass es auch allein nur, dass es sich auf diese Zielgruppe zu begeben, weil, es wurde vorhin so angesprochen, die gehen irgendwann mal auch noch mal zum Studium. So, wir wollten die ja gerne bei uns in der Fabrik behalten. Dann hat es einen Wandel gegeben, dann hat man es komplett ausgeblendet, dann haben wir gesagt, man nimmt überhaupt keinen Abiturienten mehr, man nimmt nur noch welche, die von der 10. Klasse kommen. Das stellen wir aber fest, das ist auch falsch. Seit zwei Jahren machen wir einen Mix dabei. Und das halte ich auch für richtig, dass man das auch entsprechend gemixt anbietet. Und Katrin, du hast vorhin gesagt, ihr tut auch was. Wir haben auch die Ausbildungszahlen erhöht, aber auch nur, weil die Belegschaftsvertretung das permanent gefordert hat. Das Management hätte es nicht getan von alleine. Weil, wie gesagt, die sind nur drei Jahre hier und dann sind die drei Jahre woanders, die kennen gar nicht mehr Früchte, Erntner, die sie eigentlich ausgesät haben. Ja, als der Bildungsempfehlung in den Schulen bin ich völlig bei euch. Bin ich völlig bei euch, dass was in den Schulen passiert, ist einfach zu wenig. Ich glaube aber auch, das hat was damit zu tun, dass wir zu wenig Lehrer haben und Lehrerinnen haben. Das hat auch was damit zu tun, dass dort meiner Meinung nach zu wenig Weiterqualifizierung stattfindet auf die Gegebenheiten, die sich in der Gesellschaft entwickeln. Ich bin dafür, das zu tun. Über die Kontakte, die wir als Betriebsräte haben, dass wir meistens Kinder auch haben, die in solchen Schulen sind, holen wir uns die Klassen dann hierher. Aber das ist Frickelkram, nennt mein Kollege aus Tinkolfing das immer. Das ist kein gesamthafter Ansatz. Sonst ist es einfach nur weiter sagen, kann da jemand, können wir mal eine Werksführung machen und können wir da anschließen, ist ausgegangen, oder? Oder können wir dann, und können wir anschließend mal eine Diskussion gehen? Das machen wir, aber da müsste auch ein gesamthafter Ansatz kommen. Das macht mein Unternehmen leider auch noch nicht. Aber die werden dann noch hingetrieben werden, weil eben halt der Kampf auch um die Lehrlinge begonnen hat. Und egal, ob die aus der 9. Klasse, aus dem Halbschulabschluss, aus dem Oberschulabschluss oder aus dem Gymnasium kommen. Vielen Dank. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Betriebsräte sich lohnen. Liebe Katrin, nochmal das Thema Strukturwandel und was machen wir eigentlich mit den kleinen mittelständischen Unternehmen, die vor Ort da sind? Wie binden wir die mit ein? Ja, ohne die geht es nicht. Wenn man das hört, diese Dimensionen. Aber es ist eben auch eine Riesenherausforderung, dass du Sachen, die wir oft, und ich nehme mich da nicht aus, weil wenn man in einem großen Konzern, sage ich jetzt mal, groß wird, da muss man erst mal umdenken. Was mir aktuell hilft, sind immens viele Gespräche mit Handwerksbetrieben, mit kleinen Unternehmen, die ich besuche, die aber auch zu mir kommen, sicherlich ausgelöst durch die Energiekrise, weil da waren wirklich die Befürchtungen natürlich extrem hoch. Aber das hilft mir. Und das sind natürlich Sachen, die ich als Politikerin dann mitnehmen kann und sage, wieso agiert hier vermeintlich eine Partei, die sich ja immer für Handwerker eingesetzt hat, nämlich die FDP. Manchmal vollkommen irre, weil ich sage, das passt gar nicht. Also ich glaube auch, dass für uns da noch sehr viel Potenzial drinsteckt, uns nämlich so reinzudenken, dass wir diese kleinen und mittelständischen Betriebe eben auch sozial mitnehmen können, mit allen Befindlichkeiten, die sie haben. Und die haben eben keine eigene Ausbildungsabteilung. Die haben manchmal nicht mal die Expertise, diese Leute zu rekrutieren. Sie haben Angst, jemanden an sich zu binden und denken, dann wäre ich den nicht mehr los. Also ganz andere Herausforderungen. Und sie haben natürlich auch ganz selten einen Betriebsrat, weil sie sagen, bei zehn Leuten braucht man den nicht. Kann man sehen, wie man will. Aber ich will sagen, das ist das, was so bei mir die letzten Wochen aufgeschlagen ist und aus meinem Großindustrie-Denk-Gehirn das jetzt runterbricht. Und ich weiß, wir haben da extrem viel vor. Wir müssen sie mitnehmen. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, man ist immer geneigt zu denken, jetzt haben wir Strukturwandel und dann gibt es drei, vier, fünf Leuchtturmprojekte. Nee. Das ist eigentlich auch nicht die Landschaft, die wir haben. Und so wie Bautzen und Görlitz als Landkreise aufgestellt sind. Und deshalb, also es ist noch viel zu tun. Wenn ich jetzt wirklich die komplette Lösung hätte, wäre ich, glaube ich, gut gebucht. Aber ich will kurz noch mal auf das eingehen, was du auch gesagt hast. Die Befürchtung, die haben wir ja jetzt permanent. Und da kannst du jedes Unternehmen bezeichnen und sagen, die sind aber größer, die sind aber moderner, die zahlen mehr Geld. Jetzt ziehen die mehr die Leute weg. Und wir landen immer wieder beim Ursprung Arbeits- und Fachkräfte. Also da muss unsere gesamte Energie rein. Nützt nichts. Jetzt, ganz kurz. Ganz kurz, aber den Werbeblock muss ich ausnutzen, weil ich sonst nicht mehr für so viele Leute heute zustande komme. Über alles, was wir heute diskutiert haben, Transformation, Wandel, Zeitenwende, das funktioniert nur in einer Demokratie. In einer Demokratie, die für Menschenrechte dasteht, für Freiheit dasteht. Und es gibt immer wieder Demokratiefeinde, das wisst ihr. Und gerade die Stadtgesellschaft Leipzig steht da immer wieder dagegen auf, das nur hochkommen zu lassen. Ich engagiere mich seit ein paar Jahren da auch in den Vereinen. Am Montag, 17.30 Uhr, Marktplatz, 18 Uhr, Leipziger Innenring. Kommt da alle hin, die Veranstaltung dauert zwei Stunden, wir müssen den Ring leuchten lassen für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Das war ein wichtiger Nachsatz. Lieber Lars, du hast quasi auch das Schlusswort, wenig Zeit für ein tatsächlich ziemlich wichtiges Thema. Und zwar, wie sorgen wir dafür, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft, in diesem ganzen Transformationsprozess, quasi nicht unter die Räder kommen? Das ist jetzt schwierig, weil Jens eigentlich ein perfektes Schlusswort gerade gesprochen hat. Aber trotzdem, Jonas, war das richtig? Johannes, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und das will ich ja auch noch dreimal unterstreichen. Wir haben eine Situation, in der wir uns das volkswirtschaftlich gar nicht erlauben können, irgendwen zurückzulassen. Ganz wichtiger Punkt. Ich habe das vorhin am Beispiel der Frauen ausgedrückt, aber du hast recht, wir müssen die Gruppe, die selbst aktiv vertritt, auch mit in den Fokus nehmen, Menschen mit Einschränkungen, mit Handicap, mit Behinderungen. Da hat sich eine Mentalität eingeschlichen in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, brauchen wir nicht in der Wirtschaft. Und ich glaube, auch damit ist es vorbei. Der Kai Finke, der ja auch euch im Parteivorstand vertritt, ist jemand, der das auch immer wieder aktiv anspricht. Aber ich sage dir zu, ich nehme das auch jetzt für die Gespräche mit Hubertus, der ja gerade genau in der Frage, wie stellen wir den Arbeitsmarkt auf, der da ja wirklich auch viel macht, der da hinterher ist. Ich werde den Punkt mit ihm nochmal besprechen, weil ich in der Tat auch glaube, gerade ist so eine Umbruchphase, wo es sich total lohnt, auch diese Frage, wie können wir Menschen mit Behinderung stärker in den Arbeitsmarkt einbinden, welche Schritte muss man da gehen, also dass man jetzt genau das auch nochmal bedenkt. Wir haben, meine ich sogar, aber ich bin da jetzt nicht 100 Prozent trittfest, auch im Koalitionsvertrag da ein paar Gedanken zu drinnen. und es bietet sich eigentlich an, das genau jetzt umzusetzen. Also vielen Dank für den Hinweis, aber du hast komplett recht und das zeigt übrigens auch, dafür sind solche Debattencamps ja genau da, dass man auch Positionen weiterentwickelt und da hast du einen wertvollen Hinweis gegeben. Vielen Dank. Dann bleibt es mir nur noch ganz herzlich, unseren Gästen hier auf dem Podium zu danken. Vielen Dank, dass Sie und ihr euch Zeit genommen habt und auch für die Fragen bereitstandet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Man hört das Klippern und Klappern. Ich glaube, das Essen steht bereit. Von daher, ich wünsche noch einen wunderschönen weiteren Tag. Viel Spaß bei den Diskussionen.